Hallo und herzlich willkommen zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Und wir waren in Episode 6 in Kapitel 4, die Schlacht um Endor. Da wollen wir doch mal gucken, was uns hier so erwartet. Wir spielen natürlich die Story, natürlich. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Immer noch. Kapitel 4, die Schlacht um Endor. Die Rebellenflotte nähert sich dem Todesstern und Luke Skywalker hat sich den imperialen Truppen gestellt. Nun ist er zum Todesstern unterwegs und darf weiter ein letztes Mal gegenüber zu treten. Das Kommandoteam unter Han Solo macht sich auf den Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor. Doch die Rebellen tappen in eine Falle. Obwohl der Todesstern noch unvollständig erscheint, ist er in Wahrheit bereits voll funktionsfähig. Und auf das topfere Einsatzteam der Rebellen wartet eine tödliche Überraschung. Na, sehr schön. Oh! 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 Hey, hey! Hey! Huh?! Na toll! die ebooks sind ja eigentlich ganz niedlich also ich fand sie im film auch niedlich da schwebt er schon, da tut er schon da schwebt auch schon, ich hab Glück nicht dabei das ist schlecht das ist schlecht da kann ich die macht nicht nützen das rot schimmernde hier übrigens habe ich rausgefunden lässt sich mit darf weiter einheben in der macht und das blau leuchtende mit Luke so ich glaube da komme ich nur mit dem ewig rauf vielleicht auch nicht ähm das könnte auch, Moment gut, das könnte auch, als würde es jetzt wohl gewesen sein ähm ähm boah jetzt hau den nicht, du sollst dir meine Güte okay auf das Ding hier und nicht auf R2 Mann ist die Steuerung manchmal affig, ne ich will kurz sagen, wo ist denn unser kleiner ewig? warum kann er hier nicht durch? ah, jetzt 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 keiner da durch ähm ähm ich weiß wohl gerade nicht, was ich hier eigentlich tun soll aber hier ist auf alle Fälle ein Schalter aber hier ist auf alle Fälle ein Schalter für Ziel 3 PO, komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her so so alter so das ist die Brücke gewesen und ich in 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 Wie so ein Sturmtruppler, okay. Oh, das war die falsche. So, jetzt willst du aber mal Ruhe sein hier eigentlich. Und das muss er jetzt bestimmt da rein, oder? So. Jetzt brauche ich wieder meinen Freund. Und da rein. Aha. Okay. Nice. So, die schieben wir da rein. Jetzt kommt eine Schalterbrücke hoch. Okay. Oh, oh, oh. Hier geht's los, hier geht's los, hier geht's los. Aua. Hier geht's los mit sterben. Ouch, 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 ouch. Alter. Geht mir nicht auf die Eier. So. So. Achso, hier ist noch ein Minikit, okay. Naja, besser wie nix. Also wie nix. So, auf Woche je, die pfeife ich jetzt einfach mal, weil das dauert hier, glaube ich, ziemlich lange. Bis wir das hier zusammen haben. So. Ähm. So, jetzt mit dem Ewok da rauf. Pfff. Ach, ne. So, blöds, der kommt nicht da rauf. So, blöds, der kommt nicht da rauf. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So. Also, da macht es animatisch, ne. Sehr schön. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen. So, und jetzt? Und jetzt? Ja. 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 Achso, ich kann ja durch, na okay. Ha, das kann ich nicht auch bei meinem Traktor. Ja, das sind so Bonus-Sachen, ne, das ist nicht wirklich relevant, aber doch ganz lustig. So. 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 Entschuldigung. So, jetzt ist die Frage. Warte jetzt. So. 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 Irgendwie muss ich das Ding da runter kriegen. Irgendwie. So. 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 Na gut, hat mir jetzt aber auch nicht viel gebracht, ne? Ah, doch. Doch. Hatz. So, Tadis. Einmal und dann muss ich bestimmt das gleiche hier drüben nochmal tun. Hmm. Das war's für heute. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, die Droiden sind ja zu schlau und stellen sich auf die andere Seite. Aber sie haben es gemacht. Ich bin begeistert. Alter. Der Ewok ist scheiße, der kann sich nicht wehren. Ist nicht schön. So. Oben scheint nichts weiter zu sein. Was will ich denn mit R2? Danke. Ja, ja. Jetzt zu dem Medikind darauf kommen. Äh, zu dem Medikind zu den. Ja, du sollst das Ding hier zu stürmen. Darauf kommen wir, das möchte ich jetzt nicht. Ist mir auch wurscht. Ich werde nicht um sûr ruhen. Ach so. Oh, shit. So, ihr haltet mich nicht auf. Alter. Wir blittern alles, egal. Wir blittern alles. Wir blittern alles. Ja, furchtbar. Wir blittern alles. 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 Wir blittern alles.